moin moin leute erst mal ein herzliches dank an alle die bei meinem ersten video ein like dargelassen haben konstruktive kritik geäußert haben kommentiert haben auf jeden fall noch mal herzlichen dank das hilft mir auch weiter mich zu verbessern und heute wird es in mein video um mitosis gehen bzw auf deutsch mitosis mitosis ist ein ecosystem und liquidity protokoll was später auch noch eine eigene l1 darstellen wird und jetzt gehen wir halt mal auf die grafik zu wenn wir jetzt auf die grafik sehen sehen wir ganz längst mitosis mitosis hat ein seed funding von sieben millionen us dollar bisher zusammen bekommen was eigentlich für eine seed runde ziemlich viel ist da die meisten 2,5 bis 5,5 millionen zusammen bekommen also für eine seed runde ist das schon ganz schön viel über welche chains wir aktiv werden können sehen wir hier auch gerade ethereum arbitrom und so weiter optimisten man das scroll können wir zurzeit nicht ins deposit gehen scroll wird wahrscheinlich nächste woche integriert werden optimisten man da waren mal aktiv wollen jetzt aber zurzeit von den caps geschlossen da isafi bis jetzt noch immer das nicht geschafft hat halt liquidität auf den chains bereitzustellen bis jetzt konnte man halt nur über jumper aus ethereum main sein lst token darüber schicken und dann aktiv werden aber zurzeit ist es nicht mehr möglich was die anderen protokolle die wir auf der grafik zu sehen mit mitosis zu tun haben wie wir da aktiv werden können sehen wir jetzt im video damit wir jetzt bei mitosis auch aktiv werden können brauchen wir halt den red eis also den lst token von isafi das können wir zum beispiel über das mainnet machen oder halt über die anderen chains die wir vorhin in der grafik gesehen haben bevorzugen würde ich natürlich scroll ab nächster woche damit wir halt deren l2 kampagne halt noch mit fahren weil wir da ja dann in deren punktesystem dann ja auch noch diese scroll marks bekommen blast oder linear linear schon aktiv also die lxps kann man da schon sammeln blast ist zurzeit noch in der mache also wird jetzt auch bald integriert werden damit die leute halt ihr blast gold sammeln können gehen wir jetzt einfach mal vom mainnet aus würde ich euch empfehlen mindestens dass wir am ende 0,1 wrapped eis haben natürlich wäre schön wenn wir mehr haben je mehr wir haben umso schneller kommen halt in den diamond rank ich würde jetzt ungefähr davon aus dass wir so 0,3 0,3 5 wrapped eis bekommen um irgendwann halt dann im diamond rank zu sein also man braucht wirklich nicht viel wenn man 0,5 hat oder 1 wrapped eis ist man schon ziemlich schnell im diamond rank oder diamond tier gehen wir jetzt einfach hier bei isafi auf die seite müssen wir 1 0,105 ethereum nehmen und den in den eis swappen weil wir den dann halt wieder rappen müssen und da der gerappte lst token zum normalen lst token keine 1 zu 1 ratio hat was wir jetzt einmal sehen werden wir geben unseren 0,105 ein und sehen wir kommen nur 0,1 und paar zerquetschte wir brauchen auf jeden fall den wrapped eis also bei den anderen l2 chains bekommt man sowieso noch den wrapped eis da können wir auch halt über die deck seiten der jeweiligen chains uns auch den wrapped eis bekommen oder swappen wenn wir jetzt ja alles bestätigen et cetera ihr kennt das und dann gehen wir jetzt mal weiter auf die seite von mitosis jetzt sind wir hier auf der seite von mitosis und auf der deposit seite sehen wir hier ethereum, arbitrum, blast, linear und mode wenn wir jetzt unseren wrapped eis haben können wir halt ins deposit gehen nehmen wir unsere 0,10786 oder was das da waren klicken auf deposit bestätigen das also wenn die metamask aufgeht und dann sind wir schon aktiv bei mitosis wenn wir jetzt auf das dashboard hier weiter gehen jetzt sehen wir halt hier mein dashboard jetzt zurzeit habe ich zwei wrapped eis drin einmal halt über ethereum, arbitrum und mode wobei ich auch noch bei optimismus aktiv war da habe ich das jetzt alles runter gezogen liegt jetzt einfach auf ethereum auf dem mainnet rum ich warte bis scroll hier aktiv wird werde ich auch meinen mode bestand und wahrscheinlich auch meinen arbitrum bestand alles zu scroll rüber schicken um da halt die scroll marks mitzufahren jetzt sehen wir halt hier auch noch unseren ja unsere daily rewards das sind halt diese meter punkte die wir hier sammeln können bei mir sind das bisher nur 2,1 millionen hier sehen wir halt warum wir jetzt mindestens 0,1 wrapped eis haben sollten weil alles was wir ins deposit legen wird halt so ein lrt token der mitosis wrapped eis also auch kurz genannt miwet würde ich jetzt einfach mal sagen wenn wir mehr als 0,1 im deposit haben aktivieren wir halt hier diesen holding duration boost jetzt sehen wir schon ich bin seit tag 1 dabei 65 tage gibt es mitosis mittlerweile für das ja sag ich mal mainnet sammeln halt linear ein boost verlauf starten glaube ich mit 1,0 und ja über die zeit steigert sich das halt man konnte halt auch noch im testnet mitmachen dazu hat steve mal ein video gemacht war halt nicht mehr viel zeit wo uns das aufgefallen ist hier mit mitosis aber auf jeden fall kriegt man ja auch ein boost einfach dass wir auch ein miwet asset halten bekommen wir einen boost hier können wir halt noch ja ein ref code eingeben das ist jetzt hier mein code könnt ihr eingeben müsst ihr nicht ihr könnt auch irgend einen anderen aus dem discord nehmen oder halt eurer freunde ihr bekommt auf jeden fall hier ein boost von 1,15x müsst euch nur mit euren twitter auch account einloggen und der sollte glaube ich mindestens 10 follower haben dafür kriegt er dann ja auch verschiedene badges somit ja auch noch mal mieter punkte für alles mögliche fürs halten für refs für eigenlehr die ihr gesammelt habt wenn ihr xy deposits gemacht habt oder hier wenn ihr irgendwelche nfts habt die meisten von uns haben ja bei uns im discord ja den mad scientist sammelt ja auch noch mal 15.000 punkte und der der halt den ref bekommt der bekommt ist nicht viel 0,3 prozent oder so von den gesammelten punkten ab also jetzt nicht von euren punkten sondern was ihr gesammelt habt davon 0,3 prozent also es ist eigentlich ein netter bonus aber das ist jetzt nicht von den refs so übertrieben wie man von anderen projekten kennt das war es jetzt erstmal bei mitosis aber jetzt haben wir auf der grafik gesehen was halt mit symbiotik pendel und diesem mellow protokoll zu tun hat warum mitosis da auch eine rolle spielen wird das zeige ich euch jetzt einmal halt im discord von mitosis jetzt sehen wir hier mein profil von mitosis discord sehen wir halt unsere rollen die sind halt bei mitosis sehr wichtig jetzt wenn man zurückdenkt bei der geixe kampagne die die hatten um halt den morse token zu bekommen dazu hatte ich ja einen guide geschrieben bei uns im vip bereich was der morse token ist und wofür der halt später stehen wird das ist halt so ein sidekick von mitosis jetzt sehen wir halt hier unsere anderen rollen hier der wrapped eis super fort oder halt vom mellow protokoll ein lrt token noch es wird wahrscheinlich so sein dass wir in zukunft oder es wird auf jeden fall so sein dass wir bei mitosis noch vier weitere assets ins deposit legen können einmal der usde also der ecena usd stablecoin dann einmal den puff eth also den puff finance ethereum lst token davon hat ja steve vor ein paar tagen auch ein video gemacht und wir können halt auch demnächst wahrscheinlich den super fort token den auf isafi erlangen können den zeige ich euch gleich einmal und halt vom mellow protokoll die lrt's können wir halt auch bald bei mitosis ins deposit legen wir können jetzt halt hier bei isafi auf liquid gehen sehen wir hier das super symbiotic lrt wir sehen wir bekommen dreimal ein multiplayer für isafi punkte einmal für symbiotic und 3x für weder weder ist halt der protokoll ersteller für diesen super symbiotic lrt wird wahrscheinlich auch noch mal ein airdrop sein wofür gibt es sonst punkte symbiotic halt der konkurrenz zu eigenlänger sammelt man auch schon mal punkte wir werden jetzt hier halt auf das fold gehen sehen wir können hier halt verschiedene assets depositen ich habe es ja schon mal gemacht darum habe ich ja auch die wohl bei mitosis im discord gehen hier halt aus deposit können hier die ganzen assets sehen ich habe das halt mit den swell ethereum gemacht habe hier 0,2 eingegeben approved deposit bla bla kennen wir ja schon alles bekommen wir halt den lrt token ein liquid restack token und dann bekommen wir halt automatisch die rollen bei mitosis beziehungsweise können wir den später halt auch in naher zukunft da ins deposit legen jetzt einmal bitte genau zuhören jetzt wird das nämlich ein bisschen risky wir können jetzt unseren lrt token also den liquid restack token noch weiter verwenden also das wird jetzt eine richtige sage ich mal kaskadenroute werden also man muss jetzt echt wenn man nicht diese liquidität hat und nicht risikobereit ist sollte man diesen part jetzt auslassen sowieso seid euch immer bewusst wir sind ja im crypto space alles ist bisher risky wir können jetzt unseren liquid restack token wiederum in einen deposit legen bei pandel ich sage es nochmal man muss nicht überall mitmachen man muss nicht jeden airdrop mitfahren auf jeden fall wenn wir jetzt bei pandel aktiv nochmal werden wollen geht jetzt aber nur übers mainnet können wir hier unseren red eis könnten wir jetzt nochmal einen yt oder pt token umtauschen pt wisst ihr gibt halt gute apy bei yt euer asset ist weg ihr kriegt dafür nur halt super punkte wir können halt über ein pool auch aktiv werden was ich jetzt gemacht habe gehen wir auf den red eis super fold lrt pool gehen hier rauf können hier rein und raus zappen was ich jetzt gemacht habe ist halt ein bisschen risky man bekommt halt dafür halt bei pendel nochmal oder ein bisschen apy und das war es jetzt halt von der seite wo wir halt bei oder später halt bei mitosis aktiv werden können bei symbiotik aktiv werden dadurch halt noch diese weder punkte sammeln und noch bei pendel aktiv werden um auch nochmal punkte zu sammeln aber wie gesagt bitte seid euch immer bewusst das ist sehr hohes risiko was wir hier eingehen einfach diese protokoll risiken wenn ein protokoll davon mal ja ein exploit geht also gehackt worden ist oder irgendwas schief geht ihr müsst immer bedenken euer geld ist dann wahrscheinlich ziemlich schnell weg des weiteren haben wir gesehen vorhin bei dem mitosis ähm discord channel auf mein profil dass ich ja den lrt token hatte von diesem protokoll das jetzt von mellow protokoll ausgehen wo wir halt wieder mellow punkte sammeln und symbiotik punkte wo wir diese vier ja lrt's später wiederum bei mitosis ins deposit legen können also das wird jetzt echt ein bisschen komplex und auch schwer zu erklären auf jeden fall auf jeden fall sammeln wir hier wiederum mellow points und die symbiotic points also den konkurrenten zu eigenlayer und wie wir diese lrt token bekommen zeige ich euch jetzt einmal bei lidow wir gehen halt bei lidow auf die seite gehen ins staking öffnet sich hier die maske und das ist alles halt immer nur ähm mainnet ne also das funktioniert nicht anders wir würden jetzt halt bei lidow und ähm eth amount eingehen wir gehen halt mal wieder nur von 0,1 aus habe ich jetzt natürlich nicht mehr drin ähm würden halt dann auf approve gehen staken und so weiter würden halt unseren ähm staked lidow token bekommen müssen den wiederum einmal rappen damit wir den rapped staked ethereum bekommen ich habe ja auch noch bisschen was auf der balance wenn wir das gemacht haben gehen wir halt wieder aufs mellow protokoll hier könnten wir uns jetzt halt eins der vier protokolle nochmal aussuchen ich hatte ja dieses protokoll schon benutzt dann würden wir jetzt halt hier reingehen könnte ich halt hier wieder 0,1 staked ethereum reingeben dafür bekomme ich halt den stake oder stake LRT sehen wir die sind halt auch nicht immer 1 zu 1 gepaart würden das approven würden das bestätigen dann würden wir halt hier mellow punkte sammeln und halt die symbiotik punkte warum hier renzo gerade bei ist würde ich auch gerne wissen das glaube ich ein ui fehler also ein user interface fehler weil renzo gibt es ja eigentlich ein extra token nochmal wo wir halt renzo direkt mit fahren ähm ja wird wahrscheinlich einfach nur ein anzeige fehler sein auf jeden fall haben wir jetzt wieder ein LRT token und den wiederum vorsicht wieder können wir wieder bei panel reingeben oder beziehungsweise bei mitosis wenn die halt die integration gemacht haben gehen wir jetzt hier wieder bei panel auf die seite sehen wir dass wir diese LRT token wieder als pt oder yt ins deposit legen können pt wissen wir ja apy ist höher kriegen wir dafür aber keine punkte yt unser underlying asset also ist nachher weg dafür haben wir massig an punkten gefahren gehen wir hier aber wiederum auf die pools können wir jetzt seit hier diese LRT wieder in einen pool stecken gehen wir jetzt auf den pool wo ich schon aktiv geworden bin können wir hier über zap in unseren LRT token bestand halt eingeben den amount würden halt unseren LRT halt wieder über die metamask hier bestätigen approven bestätigen und würden dann halt bei pendel halt auch noch mal aktiv sein würden wieder von pendel netter apy mitnehmen und dann sind wir hiermit auch erst mal zu ende jetzt habe ich euch in diesem video den basisweg gezeigt wie wir bei mitosis aktiv werden können einfach über normale lst tokens und euch gezeigt wie wir uns vorbereiten können für weitere deposits bei mitosis aber halt über ein bisschen risikoreicheren weg und solange mitosis diese integration noch nicht vollstreckt hat können wir halt noch solange über pendel aktiv werden wo ich nochmal sagen muss ne risikoreich aufpassen bitte allgemein später auch wenn wir halt bei mitosis aktiv werden können durch die lrts also sagen wir jetzt einfach mal vom mello protokoll die lrts bekommen wir ja bei mitosis wiederum ein liquid token der wiederum halt auch risikoreich sein sollte also bitte mal aufpassen und vielen dank dass ihr erstmal dabei gewesen seid so endspurt vielen dank dass ihr bis jetzt durchgehalten habt ich weiß dieses video ist bisher sag ich mal verrückt gewesen man verliert einfach die übersicht man kann jetzt mittlerweile dieser lst oder lrt tokens wiederum irgendwo reinpacken bekommt wieder ein liquid token dieses ganze thema ist ziemlich komplex manchmal versteht man selber nicht mal wie das alles funktioniert aber es ist anscheinend möglich aber dem sei auch bewusst oder euch auch bewusst es ist immer halt ein sehr hohes risiko bei sowas dieser kaskadenfall von protokollen wenn eins nicht durchhält sag ich mal klappen alle anderen mit zusammen oder könnte es auf jeden fall sein steve wird demnächst noch ein video zu den normalen liquid stake tokens machen also sprich zum beispiel das den renzung protokoll token oder swell token stone token etc seid auf jeden fall gespannt auf dieses video darauf wollte ich euch nochmal drauf hinweisen lasst auf jeden fall ein like da kommentiert abonniert diesen kanal wenn ihr möchtet oder schon dabei seid kommt in den discord channel können wir diskutieren und uns austauschen über ja bestimmte protokolle oder chains auf jeden fall vielen dank nochmal und bis zum nächsten mal